Hast du dich schon für August 2022 beworben? Falls nicht, würde ich es jetzt unbedingt noch machen. Du hast noch zwei Wochen Zeit. Schau doch darauf, dass die Fotos, die du einschickst, gut sind und deine Gerichte gut präsentieren. Auf diese warten spannende Erfahrungen und haben wir die Preise. Also nützt die Chance und bewirb dich jetzt.